So, da sind wir auch schon wieder nach für mich über einem Monat Abstinenz von diesem Spiel. Was ist denn da in der Mitte? Ich trau mich gar nicht drauf zu klicken. Hier haben wir... Ja. Da haben wir... Hä? Jetzt. Ach so. Ich versuch grad ein bisschen... Aha. Gut. Ja, ich guck gerade, wie ich das mache. Ich hab mir wurde gesagt von einem... Ich weiß den Namen nicht mehr. Ich hab mir nicht gemerkt. Mir wurde aber gesagt, ich soll erstmal in den... In die Pingu... Pinguin Stage gehen, um dort irgendwie die Slidefähigkeit zu bekommen. Ich... Ja. Und ich würde blöd sein. Ich werd mir aber gewohnt blöd in diesem Spiel. Und nein, ich bin kein Suishomaru, der kurz furzt und schon hat er das Spiel durchgespielt. Wie klappt nochmal die Steuerung? Ich muss gerade gucken. Ich werde wahrscheinlich nicht viel zu beachten. Ne. Ach, hallo. Da bist du hin für einer. Boah! Die gehen wir... Ja. Gut. Moment. La 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 la. Ja, komm. Nein! Okay. Okay. Also, wir haben hier Hasen. Schnee-Hasen. Die kenn ich aber, glaub ich, aus... Ähm... Wie hieß der Hack noch, den ich da gespielt hab? Aber, ähm... Ach du Kack. Deswegen sind... Ah! Ach du Scheiße. Ach du Fuck-Bumms. Nein. Gut. Ja. Ähm... Die Hasen kommen mir aus der... Äh... Aus Rockman. No Constancy. Kommen mir die bekannt vor. Ja. Und ich stell mich unglaublich blöd an. Ich hoffe, dass ich diesen Hack auch gespielt habe. Hallo, ihr seid ja auch wieder... Und hier ist es rutschig, oder? Nicht? Ich trau den Mega-Männersteller grad nicht. Eine Eisfläche, wo es nicht rutschig drauf ist. Ich glaub, entweder es hat ein Programmierfehler hier grad am Vorliegen. Ja, und... Äh... Ja. Ich glaub, ich hab grad schon gesagt, ich bin kein Sui, der immer kurz furzt und pupst und schon hat er das Spiel durchgespielt. Ähm... Aus dem Grund... Nein! Gut. Aus dem Grund, äh... Lass ich mir Zeit. Ah! Damit ihr auch... Damit ihr noch mehr zum Lachen habt. Nein, du kommst! Ich wollt gerade schon sagen, du kommst hier nicht hin. Aber... Gut. Der kommt noch hin. Nein! Noch! Was? Ah, du, ich krieg dich. Alter. So. Jetzt. Und... Nein! Was zum... Was zum... Gut. Okay. Wenigstens noch ein Leben. Le Jean. Gut. Ja, da war ich zwar fast überhaupt nicht dran, aber ich hab's trotzdem erreicht. Macht Sinn. Gut. Ähm... Ah! Nein! Was ist denn das? Eine Wiley-Kapsel? Mh... Gut. Äh... So, bist du also da. Pfff! Du bist also gekommen. Ex, ich gebe dir die Möglichkeit, ähm... Deinen eigenen Weg im Leben zu gehen. Zu nehmen. Zu wählen. Und ich habe gehofft, dass die Welt, ähm... Diese Chance, diese Wahl dir auf eine freundliche Art und Weise erlauben würde. Ermöglichen würde. Ähm... Doch nun... Äh... Äh... Es sieht so aus, als ob du doch dazu verkackt bist, zu kämpfen. Ja! Englisch, ähka! Äh... Äh... Weil ich dachte, dass die Welt, äh... Einen neuen Champion braucht... Habe ich dir einen Kuchen gemacht. Mit Zwiebel und Salami-Ringen. Mit... Mit Salami und Zwiebel-Ringen. Ich habe eine... Ich habe eine versteckte Kapsel wie diese. Hä? Achso! Wenn du die findest, äh... Benutze sie und du wirst die... Äh... Kraft finden, deine Power zu, äh... Erweitern. Deine Kraft zu erweitern. Deine Fähigkeit zu erweitern. Hinter jeder... Äh? Beyond anything the world has ever known. Achso, äh... Größere Kraft, als die Welt sie jemals gesehen hat. Äh... Gehe in diese Kapsel rein und... Kriege dat... Acceleration, die Fähigkeit. Deine Fähigkeitssystem will deine... Deine Speed boosten. Viel Glück, Axe. Gut, Whitey. Äh, nee, äh... Ja! Einfach nur rein da. Gut! Und jetzt kann ich... Sliden, glaub ich. So wie es mir gesagt wurde. Und... Ja, ich habe... Ja! Gut! Ah! Wie geht das denn? Hä? Okay! Ahaha! Okay! Gut, gut, gut! Und springen! Alles klar! Ah! Oh mein Gott! Nein! Fuck! Die war gerade böse. Alter, ich hab gedacht... Ah, Gott! Ah, du machst ja wirklich was. Stimmt ja, du warst der Vogelstrauß, ja. Kein Kakadu, oder wie ich ihn genannt hab, das war ein ganz kleiner Vogelstrauß. Oh Gott! Okay, okay, ich geh's einfach chillt an wie ein Schild eiskalter Pinguin. So geh ich's an, nie anders. Und die Welten sind lang, fällt mir gerade auf. Alter. Und weh, ich muss jetzt wieder einen Abhang hochspringen mit... Ist das hier eine Kapsel? Moment. Das ist doch so eine Kapsel, oder? Hä? Moment. Das ist so eine Kapsel. Mach ich hier vielleicht irgendwie mit einem gezielten Schuss auf? Moment mal. Vielleicht hier oben runterdrücken? Hoch. Nee. Nee. Scheinbar nicht. Oder... Ja. Kann ich vielleicht mit einem Schuss? Nee, okay. Keine Ahnung, was das soll. Ich versteh's grad nicht. Warum ist das so eine Kapsel? Ja. Ich bin der Riesenroboter. Hm. Köstlich Roboter. Und ich brauch dich bestimmt mal noch bis zum Ende. Ja. Bam. Das war... Das war schlecht. Ja, das war's für mich. Jetzt kann ich als Stage nochmal neu machen. Wartet. Oder ich brauch... Ich brauch einen neuen Roboter. Ich hab's aufgemacht. Lass mich raten, ey. Okay, da oben will ich eigentlich hin. Kacke. Da oben kann man auf jeden Fall hin. Und die ist wieder so eine Kapsel. Das gibt's doch nicht. Was soll das? Ah. Okay. Oh Gott. Man kann nicht mehr so leicht sterben, weil man sich immer wieder retten kann im Prinzip. Geil. Gut. Ähm. Nein. Alles klar. Das war reines Glück gewesen, was da gerade passiert ist. Nein. Nein. Okay. Ja, dann hau halt mal ab, du, du, du. Und was ist das? Das sieht am Boss aus. Boss? Wahrscheinlich irgendeine Fähigkeit nicht bekommen, aber das ist gerade ein bisschen schade, ja. Aber... Jetzt muss ich nur den Pingu Schlingu schaffen. Den Pingu Lingu. Aber ich schaffe ihn eh wieder nicht. Ich bin mal gespannt jetzt. Hallo, Pingu. Was kannst du denn? Da oben kommt dann irgendwas hoch? Ah. Okay. Nein. Ja, das konnte ich so wissen. Oh. Hm. Ja. Oh, die Glasstatue hat mich in meinen Po gepikst. Toll. Toll. Was? Oh. Gut. Dann, ähm. Ja, ich sollte vielleicht mal doch mal die Walljumps mal ein bisschen benutzen. Hab ich so ein Gefühl. Und... Und... What the... Ja. Alter, er darf zwei Dekaden Schüsse nur bekommen. Okay. 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 Ich muss mich schon mal erst an den Rand tasten. So schwer ist der eigentlich überhaupt nicht. Ich mach's mir schon mal wieder einfach nur richtig schön schwer. Obwohl es dafür überhaupt keinen, eigentlich gar keinen Grund gä... What the fuck? Okay. Okay. Alles klar. Jetzt verstehe ich ihn langsam. So. Ja, ich muss grad mich ein bisschen beruhigen. Ein bisschen Ruhe haben. Jetzt schiebt er die wieder in meine Richtung und slidet eventuell noch. Ach du Scheiße. Ach du Kacke. Ah. Okay. Ah. Nein. Ein Leben noch. Na gut. Gut, gut. Dann machen wir diesmal mal keinen Fehler. Und ich will den jetzt schaffen. Jetzt. Ey. Ich schrei. Mein Gott. Das Spiel ist so kack einfach und ich schaff's wieder nicht bestimmt. Oh, ich bin der Sui Shumaru. Ich hab Harvard studiert. Sorry Sui, aber du bist klein. So. Ja, komm. Ja. Oh, ich bin der Pinguin ey. Ich bin so schlau. Alter, die Art Arktis hat mir zu viel. Alter. Ey. Okay, das war nicht schlecht. Okay, ich bleib einfach oben. Ich bleib einfach nur oben. Hier oben kann mir scheinbar nichts passieren. Jedenfalls kaum was. Okay. Okay. Alles klar. Oh. Alter. Es könnte ein Traum werden. Das sind... Bin ich aber noch... Nein. Okay. Nein, nein, nein. Scheiße. Ich sollte echt die Button ausmachen gleich. Es könnte einen Perfect Clear... Äh, einen Perfect Run kaputt machen. Oh Gott. Nein, nein, nein. Okay. Nicht gut. Na gut. Das war's mit dem Perfect Run. Toll. Spannung, Spaß. Und direkt irgendwie 20 Drittel meines Lebens abgezogen. Toll. Ja, komm, Piggy. Mir tut langsam die... die Sprung-Taste weh. Nein. Okay. Ich bleib einfach oben. Alter, mir tut die B-Taste weh. Äh, mein B-Finger tut mir weh. Was? Oh nein. Oh nein. Oh Gott. Nicht sterben. Nicht sterben. Einfach nur überleben. Oh, ich bin sui shomaru. Oh, ich hab kurz gerülpst. Oh, schon liegt der Boss. Na, hallo. Nein. Wieso treme ich ihn nicht mehr? Ich mach's doch jetzt kach. Nee. Alter, mir tut der Finger weh. Das ist kacke. Jetzt spring er mal hoch. Mein Gott. Oh, ich bin der coole Pinguin, Alter. Und wenn ich knalle, dann macht's bumm, ey. Jetzt. Ja. Oh Gott. Ja. 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 Gut. Das war ein Spaß. Alter. Oh, die Musik ist cool. So richtig so. Power Rangers Style. Ähm. Gut. Ja, äh. Nichi Hachi Patalachi. You get shotgun ice. Boah. Richtig kreativ. Dann so. Gibt's irgendeinen Feuerboss, mit dem ich... Ah, nee. Feuer schmilzt ja Wasser. Äh, schmilzt ja Eis. Das ist ja schlecht. Naja. Kann ich jetzt speichern. Okay. Alles klar. Ich werde auf jeden Fall nochmal irgendwann rausfinden, was ich mit diesem komischen Roboter auf sich hat. Ich werde mal einen kurzen Schnitt machen, dann spiele ich direkt weiter. Hab ja noch ein bisschen Zeit, bis wieder Schule ist. Gut. Also dann bis später. Und bis gleich. Tschüss.